Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Brandy-Ecknock. Der Brandy-Ecknock ist ein klassischer Cocktail aus der Familie der Digestivs. Man kann ihn heiß oder kalt servieren. Für ein Glas werden folgende Zutaten benötigt. 4cl Brandy, 5cl Milch, 1 Teelöffel Läuterzucker, 1 Eigelb, frisch geriebene Muskatnuss optional, Eiswürfel. Folgende Utensilien werden benötigt. Shaker, Strähner, Cocktailschale. Zubereitung Eiswürfel in einen Shaker geben. Dazu kommt Brandy, Milch, das Eigelb und der Läuterzucker. Alles gut shaken. In eine Cocktailschale abseihen. Mit frischer Muskatnuss bestreuen. Sofort servieren. Als Beilagen eignen sich Crackers, Erdnüsse, Kartoffelchips oder Salzstangen. Diese Varianten gibt es. Man kann anstelle von Muskatnuss auch Instant Kakao verwenden. Für die heiße Variante den Cocktail in einen Topf abseihen. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!